Vielen Dank nochmal, Armin Wolf. Wir rollen den Stein des Sisyphos jetzt einfach weiter und vergeben Preise. Armin Wolf hat auch schon das entscheidende Stichwort gegeben zum ersten Preis. Da spielen die sozialen Medien nämlich eine ganz besondere Rolle. Es geht um den Medienprojektpreis. Der Medienprojektpreis ist mit 2.000 Euro dotiert und wird für besonders innovative und wegweisende Medienprojekte verliehen. In diesem Jahr geht er an das Docupy-Team vom WDR und Bild- und Tonfabrik für die multimediale Dokumentation Ungleichland. Wie sind Reichtum, Chancen und Macht in Deutschland verteilt? Was sind die Ursachen der Ungleichheit und welche gesellschaftlichen Folgen hat sie? Diesen Fragen geht die Dokumentation Ungleichland in einer beeindruckenden Langzeitrecherche nach. Und zwar auf vielen Kanälen. Vom klassischen Fernsehen bis zu den sozialen Medien. Ja, schönen guten Abend. Was verursacht die wachsende Ungleichheit in Deutschland? Und was macht diese ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen mit den Menschen? Welche Folgen hat sie für die Politik? Vermutlich gibt es derzeit kaum ein Thema, das die Menschen mehr bewegt. Denn die wirtschaftliche Spaltung geht Hand in Hand mit der politischen Polarisierung der Gesellschaft. Und das gilt ja nicht nur hier bei uns, sondern für fast alle Länder, die gemessen an ihrer Wirtschaftsleistung ja eigentlich unermesslich reich sind. Und schon allein deshalb, weil es so eine wahnsinnig wichtige, alle Leute bewegende Frage ist, ist es gut, dass der WDR dieses Projekt aufgelegt hat. Aber die Leistung des damit beauftragten Teams geht weit über die normale journalistische Arbeit hinaus. Schon der Name ist ja Programm. Docupy, das heißt, das Thema sollte förmlich besetzt werden, jedenfalls in den Augen des Publikums. Und das ist auch meisterhaft gelungen. Julia Friedrichs, Michael Schmidt und ihre Kollegen haben nicht nur systematisch das ganze Themenfeld breit und tief recherchiert. Dafür stehen dann zum Beispiel diese großartigen Szenen mit dem Immobilientycoon Gröner, der ganz offen darüber spricht, wie er die Kölner Oberbürgermeisterin unter Druck setzt, um seine Genehmigung zu bekommen. Wir können auch nach Düsseldorf gehen, sagt er. Oder die Szene mit dem Hedgefondsmanagern, die da in dem Family Office sitzen und sich als völlig emotionslos beschreiben und dann aber bei der Frage, ob sie nicht vielleicht doch zum unproduktiven Wasserkopf der Wirtschaft gehören, nur noch lachen können. Solche Selbstentlarvungen mit der Kamera einzufangen, das muss man erst mal können. Chapeau. Darüber hinaus hat das Occupy-Team aber, Docupy-Team, Entschuldigung, man hat ja doch so seine Gewohnheiten, das Docupy-Team aber auch ein Format gefunden, das wirklich Maßstäbe für die Zukunft setzt. Denn sie haben ihr Publikum von Anfang an an der Produktion auch teilhaben lassen. Über sechs Monate haben die Reporter ihre Protagonisten aus allen Schichten der Gesellschaft begleitet und viele Ergebnisse mit mehr als 100 Videoclips vorab, wenn man so will, auf allen elektronischen Netzwerken vorgestellt. Und so haben sie das Publikum Schritt für Schritt mit dem komplexen Thema vertraut gemacht, weil komplex ist es ja. Es gibt ja nicht nur einfache Antworten. Und dabei wurden viele Zuschauer selbst ein aktiver Teil der Produktion. Da sahen die Leute zum Beispiel, wie Prominente beim Reden über ihr Einkommen anfangen rumzueiern. Und weil das dann so unklar war und wie viel es denn jetzt nun eigentlich ist, fingen die Leute an, selbst ihre Berufe und die zugehörigen Nettoeinkommen einfach zu posten. Auf Twitter gab es dafür sogar ein extra Hashtag. Und diese Anregungen und das, was da kam vom Publikum, konnte dann wiederum selbst mit einfließen in den Film oder die Filme. Und da wurde dann plötzlich ganz anschaulich und konkret, wie weit die Gehälter inzwischen auseinandergedriftet sind. Und dass selbst langjährig ausgebildete Fachkräfte oft nur noch so mäßig verdienen, dass sie gerade so noch über die Runden kommen. Aber dass von Vermögensbildung gar nicht mehr die Rede sein kann. Und mit dieser Methode ist den Docupy-Machern gelungen, wovon die meisten Dokumentarfilmer nur träumen können. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe auch ein paar Filme gemacht. Sie haben viele der jungen Leute erreicht, die mit dem traditionellen Fernsehen überhaupt nichts mehr am Hut haben. Und sich schon gar nicht zu festgelegten Zeiten auf die Couch setzen, um genau dann eine politische Dokumentation im Fernsehen anzugucken. Aber hier war jetzt alles ganz anders. Schon die Facebook-Seite hatte mehr als 20.000 Abonnenten. Um an den Redner anzuknüpfen, wenn man so will, eigentlich haben sie sich seine Aufforderung, hat sich dieses Team schon zu eigen gemacht, nämlich genau mit den Instrumenten zu arbeiten, wie auch die Fake-News-Produzenten und politischen Irreführer es tun. Bei Twitter und Instagram gab es dann nochmal 10.000 Follower. Der Clip mit dem Titel, ab wann ist man reich, fand dann schon 1,2 Millionen Zuschauer. Und als schließlich die erste Ausstrahlung im alten Fernsehen bevorstand, haben sich die Leute im Netz zum gemeinsamen Anschauen verabredet. Entsprechend groß war die Zahl der Zuschauer. Die ARD-Version mit den Highlights der dreiteiligen Filmserie haben 2,67 Millionen Menschen gesehen, ungefähr 10% Marktanteil. Und nochmal 1,2 Millionen haben den Film dann später per YouTube abgerufen. Und so erreichten dann auch eben die schwierigen, aber politisch so wichtigen Aussagen ein wirklich breites Publikum. Da war ich dann richtig neidisch, weil natürlich haben viele Kollegen und auch ich das schon mal irgendwo geschrieben, aber wir haben halt doch dann nicht annähernd so viele Leser, wie die da Zuschauer hatten. Zum Beispiel der Beleg, dass nicht nur in den USA, sondern auch hier in Deutschland dieser verhängnisvolle Mechanismus wirkt, der die Gesetzgebung in der Tendenz in erster Linie an den Interessen der Reichen ausrichtet. Erst gehen die Verlierer nicht mehr wählen, dann lohnt es sich für Politiker nicht mehr, für die Interessen dieser Verlierer einzustehen, weil es ja gar keine Stimmen mehr bringt und so verliert die repräsentative Demokratie Schritt für Schritt ihren Charakter und ist dann nicht mehr wirklich repräsentativ und verkommt schließlich irgendwann zur Republik der Besserverdiener. Und wie das wirkt, hat dieses Projekt geradezu schmerzhaft seziert und dokumentiert und von Fachleuten dann auch erklären lassen. Und all das setzt Maßstäbe, die unbedingt Nachahmung verdienen. Die gute Nachricht ist, dass jetzt schon die zweite Staffel in der Produktion ist, dieses Mal zum Thema Heimat und Identität und auch jetzt wieder ganz dicht dran am Publikum. Ich habe mir erzählen lassen, da übertragen dann die Reporter Fragen von Leuten, die sie in Chemnitz interviewt haben, direkt an, über Web an die Kollegen, die gerade Interviews mit den Bundestagsabgeordneten genau darüber führen und dann müssen sich die Volksvertreter doch tatsächlich plötzlich on camera der Befragung durch das Volk stellen. Da wird dann Demokratie wieder lebendig und zwar mit Hilfe von uns Journalisten und Medien. Und das funktioniert natürlich nur, weil hier ein wirkliches Team arbeitet, bei dem alle Mitglieder wichtig sind und sich alle aufeinander verlassen können. Das ist, verzeihen Sie mir zum Schluss diese Bemerkung, gewissermaßen in eigener Sache. Das ist erneut ein Beispiel dafür, dass der einsame Wolf als Rollenbild in unserem Beruf jetzt doch mal ermählich veraltet ist. Teamarbeit und Kollaboration statt Konkurrenz und Rattenrennen sind das Gebot der Stunde im modernen Journalismus, weil dann werden wir auch gemeinsam stärker. Und darum haben die Macher von DocuPy diesen Preis unbedingt verdient. Herzlichen Glückwunsch! Der Medienprojektpreis für DocuPy, Harald Schumann hat es gerade gesagt, es war eine große Teamarbeit und deswegen kommt jetzt auch das ganze große Team hier auf die Bühne. Sie wird halten! Das war's für heute. 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 Wir haben uns sehr intensiv mit Experten und Studien auseinandergesetzt. Das war's für heute. 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 Sie haben auf allen diesen Kanälen tatsächlich Millionen Leute erreicht. Ein großer Erfolg. Und es geht jetzt weiter. Das nächste Thema ist Heimat. Genau. Wir arbeiten schon länger und harter dran. Heimatland wird die nächste Staffel heißen. hat jetzt schon online begonnen. Also wer jetzt wahnsinnig neugierig geworden ist, anschauen. Die Filme werden dann im nächsten Frühjahr laufen. Vielen herzlichen Dank, Julia Friedrichs und Nora Nagel.